Die französische Busenkönigin Lolo Ferrari ist am Sonntag in ihrem Haustod aufgefunden worden. Sie war wegen ihrer üppigen Oberweite bekannt, die nach 22 Operationen einen Umfang von 130 Zentimetern hatte. Grasse, die Todesursache der französischen Schauspielerin, war am Montag noch immer nicht ganz geklärt. Die Mediziner gingen weiterhin von einem natürlichen Tod aus. Eine Autopsie des Leichnams der 30-Jährigen hatte noch keine Ergebnisse gebracht. Ferrari war am Sonntag von ihrem Ehemann tot in ihrem Haus in der Nähe der südfranzösischen Stadt Grasse aufgefunden worden. Lolo Ferrari, mit bürgerlichem Namen Yves Wallot, hat in mehreren Filmen mitgewirkt, darunter auch einigen pornografischen Streifen. Sie betätigte sich aber auch als Unterhalterin und Sängerin in Revue-Theatern und als Showgirl in Diskotheken. Eines ihrer Lieder hatte den Titel Airbag Generation. Auch in Großbritannien, Deutschland